Willkommen zu einer neuen Folge von RobyBob. Und heute gehen wir in das Labor. Die Story erst mal erklärt. Ja, wir haben einen Preis gewonnen zum Paradies. Jetzt freuen wir uns und wir sehen nur irgendein Labor da hinten. Die ganze Möhr war nur ein Möhr. Ah, scheiße. Wir sind in der Falle gefallen. Nein, wir sind jetzt gefangen, oder? Gefangen. Guten Tag. Keine Ahnung, wer das ist. Ich überspringe einfach mal alles. Naja, hier waren wir gefangen und los geht's. Hier, die Basics, das kennen wir. Das ist etwas her, seitdem wir RobyBob gespielt haben. Aber ist ja egal. Das kann man ja auch manchmal wissen. Ich denke, ihr habt euch über die Folge gefreut, oder? Ich denke mal, ja. Weil die Folge war ziemlich cool. Hier sind Experimente an Ratten und so weiter. So. Oh, scheiße. Und, ähm, bitte rausziehen. Okay. Ich hab kein Problem. Und weiter geht's. Ähm, ja. Oh, was? Wie viele Level gibt's denn hier, bitte? Oh, das ist klar. Ich dachte, es gibt nur so sechs, sieben Level, aber... Können wir hier nicht theoretisch einfach abhauen und so darüber klettern und einfach... Ah, Minen. Scheiße. Ja, mit den Lasern ausweichen. Du kannst... 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 Mit deinem heutigen Teilen kannst du den grünen und gelben Lasern ausweichen. Oh, okay. Das wollte ich jetzt aber nicht. Nein, hier haben wir nichts Besonderes. Ja. Rein hier. Raus da und los geht's. Na, jetzt hat der was gehört. Nein, 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 nein. Bitte nicht, bitte. Du findest mich jetzt nicht. Alter. Was ist das hier, bitte? Wie hat der mich gesehen, frag ich mich. Wie er einfach durch das Laser laufen kann. Das ist so unfair, scheiße. Ey, das wollte ich nicht. Der macht einfach irgendwas. Ist jetzt auch egal. Jetzt ran. Mann, wieso muss man das hier drücken? Das ist so müh. Egal. Hä? Was ging da gerade ab? Na ja, jedenfalls war ein bisschen Geld. Und die... Und die... Ja, weiter geht's. Prisma. Es gibt so elf, zwölf Level. 13, 14 Level gibt es. Wer hat... Alter, ich schaffe diese Werbung. Okay, weiter geht jetzt endlich mal. Okay, haben wir noch irgendwas anderes. Ähm... Ich mach mal zu... Zu Sicherheit den hier. Muss deaktiviert werden. Alter, Leute, habt ihr das gesehen? Ui, bitte, 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 bitte. Der macht jetzt hier keine Faxen. Ich hab gesagt, er macht hier bitte jetzt keine Faxen. Was macht der? Er macht Faxen. Ja, okay, ich bin tot. Ja, das war einfach nur dumm gespielt von mir. Ich war ungeduldig. Ich war dumm. Das war einfach schlecht gespielt jetzt von mir. Aber Leute, falls ihr wollt, dass wir auf den Comic House TV Best-Offs rausbringen. Zum Beispiel von anderen YouTubern. Irgendwie von, keine Ahnung, GLP. Äh, irgendwelchen anderen YouTubern. Ich weiß jetzt nicht wen. Könnt man, äh, irgendwas schreiben. Unter diesem Video. Ich find's krass, dass, äh, Robbery Bob, äh, so gut bei euch ankommt. Also, jetzt nicht so gut, aber das kommt bei euch an. Ey, das ist doch jetzt wohl Kacke gemacht, oder? Ja, ich hab jetzt den Trank hier benutzt. Der mich für sehr kurze Zeit, wirklich sehr, sehr kurz Zeit, unsichtbar macht. Aber das ist immerhin, immerhin, immerhin. Okay. Und raus hier. Gut. Ja, wir kommen voran, wir kommen voran. Ähm, nächstes Level. Mich freut's aber auch, dass das, äh, Spiel so gut läuft. Alter, als ob's hier 15 Level gibt. Ich mein, ja, okay. Das hört sich jetzt viel an, aber anscheinend ist das nicht so viel. Ja, eigentlich ist das wirklich nicht so viel. Also, es hört sich zu Hause an, aber störe nicht die Wissenschaftler. Sie haben Elektroschocks und schlechte Laune. Ist das ein Wissenschaftler? Ich denke mal nicht. B gleich 4D. Okay, was? Da ist hier dann ein Wissenschaftler. Ah, ich muss mich tarnen. Wohl, ne, geht klar. Da stand grad ein Prototyp. Ich hab grad ein Prototyp eingesammelt. Checkpoint gesichert. Ich geh durch. Ich will alles einsammeln, dass es definitiv gut ist. Ah, ich bin jetzt auch ein Wissenschaftler. Hey. Was geht? Ich bin jetzt Wissenschaftler. Kennt ihr das von Alblali? Ich bin jetzt Wissenschaftler. Hä? Hä, 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 hä? Ich dachte, ich bin unsichtbar. Okay, warte, ich spiel mal bis dahin, wo wir gerade waren. Okay, Leute, anscheinend kann man nämlich nicht, ähm, durch diese gelben, äh, oder diese grünen Strahlen hier, kann man anscheinend nicht, äh, man kann sich da anscheinend nicht verstecken. Also, man kann sich da nicht tarnen, so dass man da nicht gesehen wird. So, man kann nur durch Kameras und so. Und ich wollte euch fragen, wieso sprintet der Typ nicht einfach durch? Ähm, das liegt daran, wo ist der Ausgang? Ah, da oben. Oh nein, wieso sprintet der Typ nicht durch? Nämlich, ähm, wenn ich sprinte, dann geht mein, äh, geht mein Tarn, dann fliegt meine Tarnung auf. Ah, das wollen wir natürlich nicht, das wollen wir nicht. Da oben ist auch noch irgend so ein Labor, aber... Ich hab alles, ich hab das ganze Geld, ich brauch es nicht, ich brauch nichts mehr. So, passt mir, passt mir. Hey, geh doch da rein. So. Nice. Wir sind jetzt schon Level 5, was ich sehr gut finde. Was ich sehr gut finde, wirklich. Wie viel Uhr haben wir? Alter. Räumen durch 1,3,3,7 Uhr in 3 Minuten. 1,3,3,7 Uhr, Alter. Was ist bitte schon 1,3,3,7 Uhr? Alter, habt ihr das gesehen? Hä, wie der hat mich da gesehen? Wie er hat mich dort gesehen? Ah, meine Atome. Leute, die, die hier keinen Plan haben, die checken jetzt wahrscheinlich gar nichts. Mit meiner Atome. Ja, ich weiß aber, was Atome sind. Alter, ich find das so geil. Mit dem Teleporten. Nice. Scheiße. Wäre das klüger, wenn ich hier... Ja, ja, das wäre klüger, wenn ich hier... Wenn ich hier lang gehe. Ja, jetzt, jetzt vor allem. Jetzt ist die Zeit da. Tja, wie ich mich einfach nicht sieht. Ah! What the... Kannst du, kannst du... Na, das war klar, das war klar. Wir müssen dann eine Start machen. Ey, was ist denn hier? Okay, Leute, zum Glück hatte ich ein Checkpoint. Alter, ich find diesen Teleporter sogar. Ich weiß nicht, warum, aber... Ich find's einfach gut. Ich find's einfach cool. Alter, habt ihr das gesehen? Ey, Junge. Alter, locker. Ich muss, wenn das Projekt vorbei ist, ich muss ein Best of Robbery Bob machen. Es muss ich einfach. Hier sind so scheißgeile Momente. Also, hier sind geile Momente drin einfach. Also, da, wie knapp das einfach ist, das ist das Krasse an diesem Projekt. Das ist... Dieses, ähm... Dieses Spannungsmoment, das ist das Krasse in dem Spiel. Alter, krass. Wie viele Level hier gibt. 15 Level. Ich bin schon mal Level 6. Also, es wird jetzt wahrscheinlich das letzte Level sein. Ich könnte jetzt gleich noch mal... Ja, wir haben 1, 3, 3, 7 Uhr. Wie dumm bin ich, ey. Sag doch einfach, 13 Uhr 37. Ich bin weg. Hä, wie? Der hat mich gesehen. Wie hat der mich bitte gesehen? Und sag nicht, der folgt mir jetzt... ...hier rein. So. Perfect Timing. Jetzt, Leute. So. Hä? Der Typ kann mich ja auch elektroschocken. Ich kann den jetzt nicht einfach abhauen. Das kann ich nicht. Scheiße. Ich dachte gerade schon, Scheiße, Alter. Das dachte ich zumindest. Okay. Ganz unten. Das ist das letzte Ding gewesen. Jetzt werden wir noch mal zu... Ja, endlich. Wir können Ausdauer verbessern, Leute. Maximale Ausdauer. Ähm, ja. Finde ich ganz gut. Aber jetzt haben wir kein Geld mehr. Gar kein Geld. Wirklich null. 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 Ja, okay. Ähm, das reicht dann mal so. 28%. White Bear. Wir gehen mal kurz rein. Mal gucken mal. Ja. Wir sind gerade bei Level 7. Und es gibt 15 Level. Wir sind zur Hälfte angekommen. Also im nächsten Fall sind wir fertig mit dem Kapitän. Und dann bin ich dann... Haut rein, Leute. Und... Ciao. Ich werde gleich auf Dance Clubcast TV streamen. Wie man so sagen. 13.50 Uhr. Stream auf Dance Clubcast TV. Haut rein, Leute. Und ciao.